Ich habe heute André Hunko bei mir. Er ist Abgeordneter der Linkspartei, europapolitischer Sprecher der Linken und er ist Mitglied im Parteivorstand der Linken. Guten Tag Herr Hunko. Sie waren elf Tage lang in Venezuela, haben dort unter anderem Vertreter der Regierung getroffen, der Opposition, der Zivilgesellschaft und Sie haben auch Nicolas Maduro getroffen und den Juan Guaidó. Und Sie haben sich die Situation der Bevölkerung vor Ort angesehen. Wenn man in den hiesigen Medien sich das anguckt, könnte man denken, es herrscht Hunger in Venezuela, die Versorgungslage ist schrecklich. Wie würden Sie die humanitäre Situation in Venezuela beurteilen? Also die Situation ist zweifellos ernst. Man muss aber auch mit der Begrifflichkeit ein bisschen aufpassen, weil von der Begrifflichkeit wiederum abhängt, ob möglicherweise Militäreinsätze legitimiert werden. Deswegen ist auch die Regierung in Venezuela sehr zurückhaltend, damit die Situation als humanitäre Krise zu beschreiben, die sozusagen einen solchen Militäreinsatz nach Responsibility to Protect legitimieren könnte. Ich war im Zentrum von Caracas, man hat mich auch gewarnt, da hinzugehen, das sei so gefährlich. Und das ist auch eher sozusagen die normale Bevölkerung, die da lebt. Die Reicheren, die Mittelschichten leben eher im Osten von Caracas. Ich habe also die ganzen elf Tage auch im Zentrum. Wenn man durch die Straßen geht, hat man jetzt nicht den Eindruck einer ganz dramatischen humanitären Situation. Geschäfte sind gefüllt mit Lebensmitteln, Menschen kaufen ein, man sieht vielleicht ein paar Schlangen vor Bankautomaten. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil sozusagen die Inflation so hoch ist und die Währung man nicht genug Scheine hat letztlich im Umlauf. Aber es ist nicht so, dass Menschen da rum sitzen und hungern. Also ich war dann doch überrascht, wie normal erst mal das Bild so erscheint. Gleichwohl ist es natürlich so, vor allen Dingen bedingt durch die Wirtschaftssanktionen, die ja auch dann zum dramatischen Einbruch der Staatseinnahmen geführt haben und zum Einbruch auch der Wirtschaft, dass die natürlich massive Auswirkungen haben. Es gibt jetzt eine Studie von zwei renommierten US-Ökonomen Jeffrey Sachs und Mark Weisbrot. Die gehen von 40.000 Toten durch die Sanktionen bis Ende 2018 schon aus. Also das ist natürlich schon eine dramatische Zahl und dann trifft es natürlich immer die Schwächsten, die Leute, die lebensgefährlichen Krankheiten in Krankenhäusern sind und so weiter, die dann vielleicht die Versorgung nicht mehr gewährleistet bekommen. Aber trotzdem, wenn man so durch das Stadtbild geht, dann hat man jetzt nicht diesen dramatischen Eindruck. Es ist nur zynisch, wenn einerseits die Wirtschaftssanktionen macht, die ja nachweislich diese zu den humanitären Effekten führen und dann gleichzeitig diese humanitären Situationen als Anlass nimmt, wieder auch noch militärisch zu intervenieren. Das ist also wirklich ausgesprochen zynisch und ich finde es schlimm, dass die deutschen Medien diesen Zusammenhang überhaupt nicht darstellen. Wie ist es mit den Hilfsorganisationen? Wird Ihre Arbeit behindert von der Regierung? Ich habe das internationale Rote Kreuz in Caracas getroffen, die Vertreterin, die Leiterin und auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation. Beide haben mir berichtet, dass sie völlig problemlos gemäß ihrer Statuten, ihrer Neutralitätsverpflichtung und so weiter ihre Arbeit machen können. Und die Darstellungen, die es hier gibt, dass humanitäre Hilfsorganisationen entweder gar nicht zugelassen sind, das wird ja manchmal auch behauptet, oder dass sie bedroht seien durch die Collectivos zum Beispiel, das sind sozusagen Basismilizen der Bolivarischen Revolution. Das hat sich überhaupt gar nicht bestätigt. Im Gegenteil, also wir haben beide, und ich habe mehrfach nachgefragt, beide, im Beisein auch der deutschen Botschaft gesagt, dass sie ihre Arbeit machen können. Und ich finde, dass eben die Bundesregierung die zugesagten 5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe, dass sie auch diesen neutralen Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen sollen. Das macht die Bundesregierung ja nicht. Die werden derzeit noch zurückgehalten. Die werden zurückgehalten und die Bundesregierung behauptet, dass die Bedingungen für neutrale Hilfe nicht gegeben seien in Venezuela und dass die Organisationen bedroht seien. Ich habe sie genau danach gefragt und haben das absolut zurückgewiesen und gesagt, wir können unsere Arbeit machen. Es scheint so zu sein, dass die humanitäre Hilfe Teil eines, also die von der Bundesregierung in Auftrag und angekündigte humanitäre Hilfe ja Teil einer Regime-Change-Strategie ist, um wirklich Hilfe zu leisten. Nun ist es so, dass eigentlich hätte man erwarten können, dass diese Reise der deutsche Außenminister Heiko Maas unternehmen sollte, die Sie jetzt gemacht haben. Warum macht es der deutsche Außenminister nicht und trifft sich stattdessen lieber in Brasilien mit einem rechtsradikalen Präsidenten? Ja, das müssen Sie ihn fragen. Also es ist aber in der Tat so gewesen, das wusste ich auch gar nicht, als ich dann da hingefahren bin, dass wenige Tage später dann Heiko Maas Maas zunächst nach Brasilien gefahren ist, sich mit wirklich einem rechtsextremen Präsidenten dort getroffen hat, von dort aus auch nochmal den dann schon stattfindenden Putschversuch von Guaido am 30. April de facto unterstützt hat, indem er gesagt hat, unsere Unterstützung gilt weiterhin für Guaido. Ja. Und sich dann nach Kolumbien fährt und in Kolumbien nur mit dem radikalen Teil der Opposition trifft, die natürlich auch ein bestimmtes Bild zu Venezuela vermitteln, auf die sich dann wiederum Heiko Maas stützt und dann verkündet, die Sanktionen müssen verschärft werden. Da geht es mehr um die individuellen Sanktionen, aber er fordert da nochmal Verschärfung der Sanktionen. Und das ist natürlich, ich finde es eine erbärmliche Außenpolitik. Im Zentrum steht gegenwärtig Venezuela, man verkündet Sanktionen, es droht möglicherweise ein Bürgerkrieg, es droht eine militärische Intervention und der deutsche Außenminister fährt in die zwei großen Nachbarländer, aber macht den Bogen um das Land, um das es eigentlich geht und weigert sich, ein eigenständiges Bild sich zu machen, dort mit beiden Seiten zu sprechen und dann vielleicht Vorschläge zu machen. Das ist wirklich, und man muss mal sagen, seit 20 Jahren, seit 1998, seitdem Hugo Chavez die Wahlen gewonnen hat, war kein deutscher Minister in Venezuela. Und das spricht eigentlich Bände. Man möchte, man unterstützt lieber rechtsextreme Regierungen in Lateinamerika, wie jetzt in Brasilien, aber mit einem, wie auch immer man das jetzt im Einzelnen beurteilen will, aber im weiteren Sinne, Linken-Projekt oder Demokrat, eigentlich ist es ein basisdemokratisches Projekt gewesen, die Bolivarische Revolution. Da will man dann gar nichts zu tun haben. Aber welche Interessen vertritt die Bundesregierung? Also man versteht schon, was die USA möchten. Das ist ihr Hinterhof, sie möchten mal wieder aufräumen. Welche Interessen vertritt die Bundesregierung? Das ist eine gute Frage. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die beantworten kann. Was Heiko Maas angeht, ist es so, dass er von Anfang an sehr viel transatlantischer aufgetreten ist als seine Vorgänger. Schärfere Ton gegen Russland, sehr pro-israelisch. Und das passt sozusagen in diese transatlantische Linie näher an den USA, sozusagen im Windschatten der USA agieren, in Venezuela, in Lateinamerika. Das wäre eine Erklärung. Es gibt eine andere Erklärungsbaustein vielleicht, dass es möglicherweise auch, dass es da sozusagen Deals gibt, dass man sagt halt, okay, wir verteidigen Nord Stream 2 und dafür machen wir dann da mehr, unterstützen wir euch da mehr. Zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Konfliktpunkte auch mit den USA, auch was die Wirtschaftsbeziehungen angeht. Ob das in dem Kontext möglicherweise abgewogen ist, ich weiß nicht. Reine Spekulation. Und drittens, und das will ich mir jetzt nochmal genauer anschauen, mir scheint auch so, dass Bayer Monsanto in Venezuela auch Interessen hat. Es sind immerhin Gesetze eingeführt worden unter der jetzigen Regierung, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel dort nicht zugelassen sind. Okay. Und das widerspricht durchaus auch Interessen von Bayer Monsanto. Ob die jetzt auch eine Rolle spielen, vermag ich nicht zu beurteilen, aber ich will das mir noch genauer anschauen. Okay. Sie haben nun Vertreter beider Seiten getroffen in Venezuela. Glauben Sie, dass eine friedliche Lösung noch möglich ist? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, welche Politik auch von außen, welche Signale von außen kommen. Maduro hat mir immer gesagt, er ist bereit, mit allen zu verhandeln. Das Problem sei, dass seine Verhandlungspartner abhängig seien von den USA. Und dann kommt ein Anruf aus den USA und die Verhandlungen würden dann abgebrochen. So geschehen vor den letzten Präsidentschaftswahlen. So geschehen jetzt nochmal im November, Dezember, hat er nochmal erzählt, da gab es auch wohl Gespräche im Hintergrund, die dann auch Ende Dezember abgebrochen worden sind. Ja. Guaido sagt im Augenblick, Verhandlungen sind nur Zeitgewinn für die Regierung und sieht seine Hoffnung in einem schnellen Sturz der Regierung Maduro. Also Putsch. Putsch sozusagen letztlich. Und solange er von außen diese Unterstützung kriegt von den USA, aber leider auch von Deutschland für diesen Kurs, fürchte ich, wird er auch daran festhalten. Ich meine, es müsste von außen wirklich die Signale gesetzt werden. Wir erwarten auch Verhandlungen. Es gibt diese Initiative von Mexiko und Uruguay für einen Verhandlungsprozess. Aber es hängt auch eben sehr, sehr stark von außen. Nun habe ich aus den Medien erfahren, dass letzten Montag es wohl dazu gekommen ist, dass die Washingtoner Polizei in die Botschaft der Venezuelaner eingedrungen ist. Es sind mehrere Schlösser wurden aufgebrochen. Die Polizei ist eingedrungen. Wie bewerten Sie diesen Bruch von internationalem Recht und diese Maßnahmen? Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, dass auf die Art und Weise in eine Botschaft eingefallen wird. Also es ist eindeutig ein Bruch der Wiener Übereinkommen. Das sind sozusagen die diplomatischen Beziehungen zwischen Staaten und Regeln. Man muss sich einfach mal vorstellen. Es geht ja nicht darum, ob man irgendwelche Regierungschefs gut oder schlecht findet. Es gibt sozusagen auf der diplomatischen Ebene völlig unabhängig davon, gibt es eben Botschaften. Die sind nach bestimmten Regeln geschützt. Und da können die schlimmsten Vertreter der schlimmsten Verbrecher natürlich auch drin sitzen. Aber das ist eben auch Teil der internationalen Diplomatie. Sonst käme man in eine Situation, dass man gar keine Vertretung mehr hätte untereinander. Deswegen macht das natürlich schon Sinn. Deswegen gibt es auch so ein Wiener Übereinkommen, was diplomatische Beziehungen angeht. Und das ist wirklich ein Bruch dieses Übereinkommens. Ich verurteile das ja deutlich. Ich erwarte eigentlich auch von der Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft, dass so etwas verurteilt wird, weil sonst reißt es ein. Man kann doch nicht einfach hingehen und sagen, dich erkenne ich nicht an, ich erkenne den an und deine Botschafter, die du hier hast, die schmeiße ich jetzt raus. Und ich meine, wenn das Einzug hält in der internationalen Politik, wo kommen wir dann hin? Das ist völlig irre und es muss wirklich deutlich verurteilt werden. Ja, es ist quasi ein Überfall auf fremdes Staatsgebiet, muss man sagen. So kann man es formulieren. Es wird sich natürlich gestützt, dass Guaido sozusagen seine Vertreter geschickst hat. Aber wie gesagt, wer entscheidet denn darüber, wer Präsident ist, wer legitim ist und wer nicht legitim ist. Und hier nehmen sich einfach 50 Staaten, die immer behaupten, sie wären die Weltgemeinschaft, das Recht heraus zu handeln wie die UNO. Ein großer Teil der Welt teilt diese Auffassung nicht. Russland, China, ganz Afrika, eigentlich Indien, sogar einzelne europäische Staaten. Und ich finde das unglaublich, was hier passiert gerade. Wie beurteilen Sie die Reaktionen der Presse in Deutschland? Also gerade nach Ihrem Besuch? Also ich habe im Spiegel zum Beispiel von Empörung gelesen, im Tagesspiegel habe ich gelesen, die merkwürdige Reise eines linken Politikers. Wie beurteilen Sie das? Naja, ich meine, ich war ja, als das hier hochgegangen ist, war ich ganz im Südosten Venezuelas, im Südwesten Venezuelas im Nationalpark. Kein Empfang, hatte davon überhaupt nichts mitgekriegt. Deswegen habe ich das erst sozusagen im Nachgang alles so verfolgen können. Es ist offenbar fühlten sich manche Leute getroffen. Gerade weil Heiko Maas wenige Tage später da hingefahren ist und das so ein bisschen das konterkariert hat, was er gemacht hat. Und es war natürlich eine der typischen Aufreger, wie soll ich sagen, so eine Aufreger-Filterblase in den Medien, wo dann auch dann auch eigentlich wieder langsam zurückgerudert wurde. Er hat sich ja mit beiden Seiten getroffen. Warum macht das eigentlich nicht Heiko Maas? Und so weiter. Die Aufregung ist dann auch schnell wieder abgeebbt und ich habe aus der Bevölkerung ein E-Mail so unglaublich viel Unterstützung gekriegt. Also es gab es vielleicht vereinzelt auch Mails, die sozusagen Teil dieser Aufregungspin sozusagen agiert haben, formuliert haben. Aber der Großteil der Rückmeldung von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, war halt sehr positiv. Sie haben Mut, sie sprechen mit beiden Seiten, sie gehen dahin, wo es wichtig ist. Warum macht das Heiko Maas nicht? Warum trifft er sich dann Brasilien mit dem rechtsextremen Präsidenten? So, dass in dieser Richtung kam, habe ich wirklich sehr viele E-Mails gekriegt. Sie berichten auch objektiv, weil in den Medien wird immer nur völlig einseitig berichtet. Es wird überhaupt nicht berichtet, dass Maduro und die Regierung eine erhebliche Unterstützung hat. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber eine erhebliche Unterstützung, wie man am 1. Mai auch bei diesen riesigen Demonstrationen sehen konnte und sich keinesfalls nur aufs Militär stützt. Das ist ja eine Propagandafigur hier. Stimmt ja überhaupt gar nicht. Selbst wenn das Militär sozusagen die Seiten wechseln würde, hätte man eben noch einen guten Teil, einen erheblichen Anteil einer recht gut organisierten Bevölkerung gegen sich. Und auch die Gefahr eines Bürgerkriegs. Wird hier überhaupt gar nicht berichtet. Unfassbar. Genau solche Sachen sieht man halt nicht. Und man kann ja schon von einer regelrechten Gleichschaltung der Medien sprechen. Also völkerrechtlich gesehen ist es glasklar eigentlich. Es ist ein gewählter Präsident, wo nicht einfach jemand kommen kann und sich selber als Präsident ausruft. Wie Sie sagen, die Bevölkerung sieht das auch so. Wie kommt es zu einer Gleichschaltung der Medien? Also es wird ja ein Narrativ transportiert, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also wir haben das leider schon häufiger beobachtet, gerade wenn Kriege vorbereitet werden oder wenn ein Regime-Change vorbereitet wird, dass wir diese Dimension der Gleichförmigkeit dann auch der Propaganda hier in den Medien haben. Und das macht mir ja gerade so viel Sorgen, weil umgekehrt kann man auch sagen, wenn auf einmal so einseitig berichtet wird, dann ist die Gefahr, dass sich dahinter eben genauso ein Regime-Change-Plan befindet. Da sind halt, im Grunde genommen braucht man wahrscheinlich nur ein paar Stellen, Schlüsselstellen in den Agenturen und so weiter, dort vielleicht zu bedienen, um so eine Darstellung zu erzeugen. Aber auch die letzten Tage, es geht immer weiter. Man sieht jeden Tag wird nochmal, jetzt habe ich nur gestern, vorgestern nochmal ZDF was gesehen, wie Jungs sozusagen aus dem Fluss bei Caracas versuchen so ein bisschen noch Wertgegenstände herauszuholen, um davon zu leben. Ja, es ist schlimm, aber es wird überhaupt nicht erwähnt, das könnte vielleicht auch was mit den Sanktionen zu tun haben. Ja, das wird einfach totgeschwiegen. Die Studie, die ich erwähnt habe, Jeffrey Sachs, wirklich international renommierter Ökonom, verspricht von 40.000 Toten durch die Wirtschaftssanktionen. Gestern nochmal nachgeschaut, es ist in keinem großen deutschen Medium überhaupt nur erwähnt worden, auch nur erwähnt worden. Ja. Man kann ja dann vielleicht auch die Kriterien, könnte man diskutieren, ob die Studie, ob das sauber ist oder nicht sauber ist, wie er das sozusagen errechnet, das ist ja alles, aber es wird hier noch nicht mal erwähnt. Das ist wirklich fassungslos, macht mich fassungslos, wie hier über so eine Situation berichtet wird. Herr Honkow, ich danke Ihnen, dass Sie uns über Ihre Reise erzählt haben. Danke für das Gespräch. Bitte schön. Bis zum nächsten Mal.